Okay. Zeig dich doch mal. Ah, okay. Das ist hier so eine Handwerksstation und wir haben jetzt schon genug Material um einen Autohacker zu bauen und das bauen wir natürlich gleich. Das ist niemals verkehrt. Die Personenkugeln auch nicht schlecht. So und schauen wir uns mal hier unten mal kurz um. Ach Gott. Ein bisschen Munition. Ein bisschen Alkohol. Eine schöne Leiche. Was gibt's hier alles noch so schönes? Ja, ich geh gleich hoch. Bitte pfeil. Nerv mich nicht. Ich möchte hier nur ein bisschen rumschauen. Oder halt nicht. Euch langweilen möchte ich ja auch nicht. Ist auch nicht der Sinn der Sache. Ja. So zieht die Sache mit dem Tick Steady ab. Jetzt kann ich mehr passieren, Mr. B. Okay. Soll ich mich doch erwischt oder... Er redet hier irgendwie diese... Ich bin so ein Depp. Ein, zwei, nicht? Da merkt man die guten Gene. In welchem Leben! Gut, das war jetzt grad kein ruhmhafter Kampf, aber... Was soll's. Muss auch mal sein. Steh auf Mr. Babbel! Steh auf! Steh auf! Nein! 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 Und jetzt auf zu deiner Mama! Danke, Mr. Man kann sich wirklich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Okay. Vielen Dank! Vielen Dank! Herzlichen Dank! Ja, süßer Engel! Hörst du mir bei der Suche nach diesen Patienten? Gehen! Gemütlich nachlaufen! So geht es halt nur sein! Gut! Zeit fürs haue Bettchen Mr. B! Ja! Dann nehmen wir das schöne Geschenk mal an! 200 Edding, Safecracker Und 12 Schrottmüschen, ja! Okay. Haben wir jetzt keinen Platz? Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Saves und Combo-Schlössern. Ja, 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 ja. Ja, ja. Na, braucht man nicht. Gut. Und hier kaufen wir ganz kurz einen. Und zwar habe ich da gesehen, ein Plasmid-Slot. Schaltet ein Plasmid-Slot frei. Und das kaufen wir natürlich gleich. Gut. Und jetzt können wir hier ein Plasmid wählen, das wir jetzt mitnehmen. Ja, Telekinese kann ich haben. Video kennen wir schon. Ja, und ich würde jetzt einen anderen Plot auch kaufen. Körpertonicum. Handelt es zwar nichts anderes, aber ist egal. Techniktonicum. Ja, was ist denn das? Verringert, die da auf einen Kamera-Alarm. Ist egal. Ja. Safecare-Guard. Nehmen wir gleich mal mit. Gut. Und Kampftonicum. Brauche ich nicht unbedingt. Brauche ich nicht unbedingt. Ja. Das klingt ja nicht schlecht. Ja, des Weiteren würde ich jetzt gerne mal so ein Gesundheits-Upgrade nehmen. EVE-Upgrade. Winterblast. Elektro-Boot 2 wäre nicht verkehrt. Den nehme ich mal. Jo, und was noch? Ja, Winterblast. Lasse deine Gegner an Ort und Stelle festfrieren. Zerschmettere sie in tausend Stücke. Wem würdest du das nicht... Wem würde das nicht gefallen? Natürlich gefällt das mir und ich nehme es auch mit. Ich nehme es. Ich nehme es sogar. Ich nehme es. Ich nehme es. Frieren Sie Ihre Gegner ein. Und schlagen Sie sie in tausend Stücke. Da kann man ganz nette Sachen machen damit. Das werde ich euch auch später zeigen. Ja, ich glaube, das sollte es erst mal sein. Gut. Gehen wir mal weiter. Schaue mich aber noch hier kurz um. Wird nicht der Frage! Her mit dem Zeug? Ja, kann mir zuerst mal nichts... ...würde ich meinen. Der Markt ist geduldig. Okay, das tun wir uns jetzt mal schnell an. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig. Und wir müssen es auch sein. So, und ihr habt gerade gesehen, ich habe halt diesen Eisplasmid ausgerüstet und eine Ohrzeige halt. Und ihr könnt euch sicherlich schon denken, was ich jetzt vorhabe. Gut, erst mal mehr. So, und dann könnte man... ...die Splacer einfach zerhauen, ja? ...warte, warte, 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 warte. Das war okay. Ja, ist okay. Alter, das war so. Ja, die Dinger können schon echt lästig sein. Kontaktmine nehmen wir natürlich gerne mit. Senden was? Nein. Ach. Sieht richtig romantisch hier aus. So, ein besseres Produkt anbieten, hören wir uns jetzt gleich an. Gregory, komme nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlag dich vor, du machst dir mal Gedanken. Wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Ja, hier hätten wir dann sowieso Sicherheitsnot-Schalter, damit uns die Viecher dann in Ruhe lassen, falls halt mal der Alarm losgeht. Gut. Vielversprechende erste Test, hören wir uns auch an. Ja, 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 ich weiß von der Abriegelung der Stadt, das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft, herz Gott nochmal. Hey, die Abriegelung! Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. So, und ich, Depp, habe jetzt genau den gleichen Fehler gemacht, wie vor zwei Jahren. Ich bin zuerst hier reingerannt, obwohl wir, glaube ich, hier noch gar nicht hin müssen. Hier müssen wir dann später erst rein. Gut, wenn wir einmal hier sind, können wir auch alles leer räumen. Ja. Tut mir leid, ich war zu voreilig. Aber naja, passiert. Ist jetzt auch nichts Schlimmes passiert. Helden und Verbrecher. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Ich kann Rapture fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo-Square eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie ihr Unschuldigen so etwas antun könne. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Rapture zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Okay. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht es direkt weiter zu Ryan. Gut, und wie das kleine Tagebuch da vielleicht gerade verraten hat, hat auch Atlas schon länger ein Problem mit meinem. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann? Und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergehöhnt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. Es war eine vernünftige Nacht. Ja, gerade reingekommen. Der Ryan quatscht mich blöd von der Seite an und ein Splicer und so ein Geschütz greifen mich an, ja? Klar, leckt mich doch im Arsch, ey. Lasst mich in Ruhe. Ich will einfach nur nach Hause. Aber so leicht wird es sicherlich nicht sein. Na, bist du allein unterwegs? Jetzt habe ich mir das Tagermuch gar nicht angeschaut. Woher holen? Hör uns das mal ganz kurz an. Als wir hier ankamen, fiel Marschall sofort anzuschreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar... Bäume! Bäume! Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sie für ungeheuer. Oh, Sammy, vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Jetzt hat die kleine Marschall zum ersten Mal einen Baum gesehen. Oder mehrere Bäume. Gut, und hier habe ich gedacht, dass das da ein kleiner Grafikfehler ist, aber dem war wohl nicht so. Und weiter geht's dann. Aber sieht ja echt ziemlich nett aus. Gefällt mir ganz gut. Und da sehe ich schon wieder... ... Okay.